Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Alles klar. Auf jeden Fall, wir spielen wieder Rainbow Six. Wieder mit dabei der Iceman und der Zootrex. Nee, der ist überhaupt nicht... der AFK. Ich bin nur Headset. Und... Wie bitte? Ja, mal schauen, was wir hinkriegen. Ja genau, ich steuer die Maus bei Lenny und Lenny meine Maus. Achso, okay. Wir können doch hier Skype und dann hier Bildschirmübergabe und dann kann man das machen. Mach's doch gleich mit TeamViewer. TeamViewer, Skype. Machst du 45. Skype ist langweilig. Skype ist oldschool. Ja, ich stehe dazu. Ja. Ist das so? Ihr müsst eure Drohne verwenden um eine Bombe... Achja. Rein da. Rein in die Olga. Warum heißt das Flugzeug denn Olga? Wie hattest du das gerade fach versaut? Bitte? Oh, sind in der Dixelsuite. Ah, ich bin kaputt. Wow. Ähm, Cabera. Und diesen unsichtbaren Typen. Er ist auf dem unsichtbaren Typen? Zehn Sekunden bis Einsatz. Ach, schneller, die Inversion. Hormon. Einsatz in fünf Sekunden. Vielleicht sieht die Kamera doch ein bisschen sinnvoller. Was? Ich bin mit 28 Jahren zur Alpha Academy? Ja. Was bist du? Ja, der hat in einen Chat geschrieben. Was? Ich bin mit 28 Jahren zur Alpha Academy? Okay. Ich glaube, der Flugzeug ist kaputt hier, Leute. Ich hab grad ne Magazin weggeschossen, deswegen kannst du nicht mehr abheben. Gehen sie jetzt hier. So. Gut, das ergibt natürlich Sinn. The last area. Ich könnte noch ein bisschen Weile vorlaufen, da dürfte noch keiner sein. Ich hab nochmal kurz hier hinten gecheckt. Die Explosion. Hinter mir ist was. Die Explosion. Hinter mir ist was. Oh fuck. Sprengfalle. Geht verstärkt hier oben. Oh mein Gott, war das dumm gespielt. Krieger sind kapiert der Karin Ja Ich bin grad aufgestammelt wie der Tod gewesen Keine Chance Keine Chance Keiner Schuss Du kannst einfach durchbratzen Ja Das ist 1.6 Dive Durch alles zu durchschießen was geht Er hatte mich aber nicht durch die Dings durchgetillt ne? Er hat mich unten durchgetillt, unten rechts war ich schon tot Mir hat er mitten durch geschossen Da wolltest du triggern Was ist hier überhaupt dicht? Achtung die Gegner haben eine Bombe gefunden Noch 5 Sekunden Bombe vom Tiefener entdeckt Glaub ich kann sterben Glaub ich kann sterben Hella Hella Ja da ist glaub ich mehr als Vielleicht kommt man seine Füße da Er wird durch die Dings durchgeschossen Mach ich auch rüber Das haben wir gleich Das heißt die alle da hinten sind? Na ja 3 Stück waren doch Wir sind so eingesetzt Jeder Aufgang ist mit Nadeln bestückt Das heißt Ja da kann man sich nur gucken wo Oh oh Glas von außen Ok Ok Warum hat der schon wieder geleftet? Ist das das nicht? Wir haben immer diese Leute die einfach leften Der ist Du hast halt grad auf Kalm geschossen oder? Ja ja Aber verfehlt zum Glück Er ist von dir aus links jetzt Blitzter verbleibender Gegner Das ist Glas Ja das ist auch Zeit Und wieder hoch Wenn jetzt ein Fuß geschossen wäre Dann hätte ich so gelacht Fabian verstärkt nochmal ne Runde Ja Wow Wow Hast runtergefallen Kann man denn nur vom Dach fallen? Gute Frage Von der Dings hier Vertragsfläche Ich hab die Ansage einfach befolgt Aha Mute auf jeden Fall Oben Wenn wir das jetzt holen ist easy Wenn Wenn Ja ich bin noch da Weiß ja nix Weiß schon viel Das ist die Drohne ist gerade hochgegangen Ich meine nicht Oh der Mute Der Mute Haben wir doch gesagt Ja das ist die ganze Zeit Was denn? Ja ich lag da drunter da waren alle markiert alle anderen sind gestorben Oh nice Oh nice Junge Oh nice Junge Ich kann da hinten nicht reingucken Da ist ein Jammer hinten bei A Der ist auf jeden Fall auch ein Gegner Der ist auf jeden Fall auch ein Gegner Der ist auf jeden Fall Wenn man reinkommt, links in die Ecke. Also planten chill ich auf A. Oh mein Gott. Die Tür hat eine grüne Maske. Ach, der hat mich durch die Drohne gesehen. Was denn? Ach fuck, warum komm ich denn mit? Ich hab zu spät die Drohne gewechselt. Wenn du gesehen hast, dann fick dich. Nein, ich hab zu spät die Drohne gewechselt. Ich war genau da. Jungs, ihr habt aufgrund des Recruits. Ich hab nen Kill gemacht. Noch ne fette Knödel. Der Entschärfer wurde deaktiviert. Mission viel geschlagen. Wow. Das ist wow. Wow. Hauptsache nicht vorletzter. War überhaupt nicht letzter. Er ist in unten. Ganz unten. Alle? Okay. Die einen und. Ja, konnte ich markieren. Sei das bei mir. Hm. Bei mir. Wieder full white. Tot. 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 Behinderte im Team. Hm. Oh mein Gott. Ja, das weiß ich wollte schon hören. Ach der ist schon drin? Wenn man auf mich schießt. Was ein Huren. Ich hab alle 3 in einer Killz. Die auf mich geschlossen haben. Du Spasti. Du weißt ja schon. Er kennt Dahlmann. Warum bist du nicht einfach gestorben? Du Huren. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Einfach nur, wenn mir auf den Sack geht. Wie schön, Alter. Wie schön. Oh, die spielen Kabel. Ja, ich hab's gesehen. Aber das war aber gut, aber auch krammer nice. Weißt du das Handicap? Ne. Ich hab Ton aus. Oh, über mir echt jetzt. Was ist das? Ja. Ja, weil die Drohne ist auf der Bombe drauf. Und ich weiß nicht, wer mit mir die Drohne aufsteht. Auf jeden Fall haben sie durchgemarkiert. Alles. Die ganze Zeit. Du weißt, wer es war. Und wer noch? Ja, ich. Ja, und wer noch? Da war noch einer an der Drohne. Ja, random. Ja, das war zu nice. Ja, der ist immer noch da in der Ecke. Die russische Roulette, oder was? Hohoho. Stay in the light. Tot. Jetzt ist er finally tot. Nein, es ist... Warte, ich muss ihn mal kurz töten. Tachanka ist da hinten in der Ecke. Nein. Ja, der Tachanka ist immer noch in der Ecke. Er ist slower. Wie meint das denn? Was ist los mit dem Typen eigentlich? Kann man den mal reporten wegen... Ja. Toxic behavior. Hau rein. Easy. Helm. Easy. Wie du so beschissen hast. Ja. Hauptsache nicht letzter, ne? Ach ja, ist echt so. Hauptsache nicht letzter. So, danke Leute fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Video. Und... Ne? Wenn euch das gefallen hat, lasst einen Daumen da. Lasst ein Abo da. Und schreibt mir in die Kommentare, was ihr noch für Spiele sehen möchtet. Und in dem Sinne, verabschiedet mich und haut rein.